Die Welt ist komplizierter, als man es im ersten Moment annehmen würde. Eine Hochschule soll Menschen ermöglichen, Orientierung in der Welt zu finden und ihr Lebenskonzept zu realisieren. Weil wir wissen, wie unterschiedlich die Wege jedes Einzelnen sein können, bieten wir in zwei Städten mit drei Standorten zehn Fachbereiche mit insgesamt 55 Studiengängen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt den Beginn unserer über 150-jährigen Tradition. 1855 begann die Geschichte der Hochschule Niederrhein mit der Gründung der Höheren Webschule in Krefeld. In den folgenden Jahren wuchsen in Krefeld und Mönchengladbach aus den wirtschaftlichen Bedürfnissen weitere höhere Fachschulen der unterschiedlichsten Disziplinen. Bis 1971 schließlich 13 von ihnen das Fundament der Fachhochschule Niederrhein bildeten. 30 Jahre später erhielt die Hochschule am Niederrhein ihren heutigen Namen. Unser Leitbild lautet Grenzen überwinden und das spiegelt sich in jedem Bereich der Hochschule Niederrhein wieder. An ihr studieren rund 10.800 Studierende. Dafür stehen ihnen insgesamt 94.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung und 630 Mitarbeiter zur Seite. Jedes Jahr beenden rund 1.500 Studierende ihr Studium an der Hochschule Niederrhein mit einem Abschluss. Wir haben 118 Partnerhochschulen auf fünf Kontinenten. Nicht nur geografisch blicken wir über den Tellerrand. Wir legen Wert darauf, unsere Kompetenzen interdisziplinär zu verknüpfen, um Großes zu schaffen. So nimmt die Hochschule Niederrhein zum Beispiel jedes Jahr an der renommierten GWA Junior Agency teil, bei der Design- und Marketingstudierende gemeinsam schon sechs der begehrten Trophäen gewinnen konnten. Über die Grenzen der Hochschule hinaus haben wir ein enges kooperatives Verhältnis zur regionalen Wirtschaft. Die dualen Studiengänge an der Hochschule Niederrhein und einem Ausbildungsbetrieb bringen akademische und handwerkliche Ausbildungen zusammen. So werden die Studierenden bestens auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Wir pflegen einen persönlichen Umgang mit unseren Studierenden. Vor Ort haben unsere Mitarbeiter immer ein offenes Ohr für sie. Zu Hause und unterwegs hält sie unser Facebook-Kanal jederzeit über aktuelle Geschehnisse, Veranstaltungen und neue Entwicklungen auf dem Laufenden. Das Internet hilft uns, Grenzen zu überwinden. Deshalb integrieren wir es in unsere alltäglichen Arbeitsabläufe. Seit 2011 kannst du online Prüfungen anmelden, Prüfungsnoten erfahren und deinen gesamten Studienverlauf planen. Dein Lebenslauf wartet darauf, geschrieben zu werden. Wir sind die Hochschule Niederrhein.